Okay, let's go. Spiel mir mal ruhig. Sonst spielst du ruhig. Ruhig spielt er. Das macht mich jetzt ja nervös. Zurecht. Das ist wenn ich ruhig spiele. Er spielt ruhig. Ruhig spielt er. Oh. 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 Ganz simpel. Ich deutest schon mal an. Was deutest du an? Meine Absichten. Gehen, Königsbrügel. Was steckt der jetzt schon mal rein? Ah, sprung ja D4. Gut. Matt wird er jetzt erstmal nicht so schnell ohne meinen Springer. Der muss erstmal nachwachsen. Aber der kommt. Kommt der? Langsam aber sicher. Da krieg ich ja jetzt Angst. Ja. Das war die Absicht. Große Angst bekommst. Das hast du geschafft. Was machen wir jetzt? Na ja. Das spüren wir weiter. Als wäre nichts passiert. Das kann man ja auch nicht ändern. Ich weiß. Ist ein bisschen unharmonisch. Du willst jetzt einfach meinen Mattplan unterbinden oder was? Mhm. Ist ein bisschen Spielverderer mäßig, ne? Mhm. Ja, ja. Großer Spielverderer. Ah, gut. Nimm wir den oder nimm wir den? Ist das wahrscheinlich egal, ne? Wieso ist das egal? Naja. Ich dachte nicht, dass du mit dem Läufer wieder nimmst. Nee, mach ich auch nicht. Siehst du? Ja, beim anderen hätte er die Bauern gekriegt. Naja. Stimmt. Ja, dann wird das wohl nichts mit dem Matrizen jetzt. Der hat ja Springer sehr geschesselt auf das jetzt. Gut, dann kann er ja nächstes Mal wegziehen. Achso. Der Springer stand noch auf D2. Ja. Ja, aber irgendwie ist. Ich setz nicht matt. Das ist doch alles nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Ist das schon wieder nicht matt oder was? Ja, ja, schon wieder nicht. Das ist ganz nett. Der Andy zappelt. Zappelt ist sehr nett. Nee, sehr. Sehr übertrieben ausgedrückt. E8. Ja. E8 geht er. Keine Ahnung. Hier wolltest du bestimmt irgendwo machen. So, was ist das? Läuft E7 jetzt? Schauen wir uns das mal an. So, der ist aber doch nicht so da. Ich dachte, Tumme 4 sogar. Achso. Tumme 4, ich wollte G4 machen. Aber dann kann ich Springer auf 6 machen. Jo. Und das geht natürlich auch. Leider. Obwohl, der D4 hängt doch. Ja. Der hängt. Der hängt, ja. Ja. Ja, dann hängt er. Ich bin dein Gast. Ja, ja. Bist du. Ach, jetzt wird es umgekehrt hier oder was? Wird der Niklas eingeladen? Ja. Ich bin auch mal eingeladen. Ab und zu. Du lädst dich ja selber an. Ab und zu. Ja. Der Rückzug. Bier Ernst. Rückzüge sind auch Züge. Bier Ernst. Stimmt. Rückzüge sind auch Züge. Das stimmt, ja. Korrekt. Das kann man so schwer anfangen. Oh. Der kommt doch jetzt. Ok, ja. Den hast du doch sehen. Hatt ich auch erst nicht gesehen. Aber dann habe ich ihn. Dann wird C3 wahrscheinlich ganz gut, der Zug sogar. Welcher Zug? C3. Ich stehe jetzt leicht unangenehm. Das ist, ja. Ok, wie machen wir es? Wie machen wir es? Wie machen wir es? Wie macht er es mit mir? Ja. Ja. Achso, ja. Doch. Den. Stimmt. So machen wir es. Ja. Also der kann nichts tun. Ja. Ja. Achso, ist ja nur ein Bauer. Ja. Ist ja nichts. Ja. Ist ja nichts. So, der Läufer hängt auf dir. 5 quasi. Du Fuchs. Wolltest mich überlisten, ne? Naja, das geht ja grad noch. Ja. Das ist ja das Unangenehme. Und Dami 7 schnackt er dann noch. Wo Dami 7 schnackt? Ja. Das ist doch genau das so. Das ist doch genau das so. Das ist ja mal die Welt. Achso, dann ist die 5. Achso, okay. Du willst die 5 oder ja? Hier. Achso, wir willst erschlagen. Ja. 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 Das bringt nichts. Ja. Jetzt ist es völlig aus, ne? Ja. Hier ist auch fertig. Ja.